So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ich bin der Fanggeber. Wir sind jetzt hier immer noch auf der Suche nach der Kettensäge. Wo ist der Habra, der da raufgegangen ist? Was ist der Habra? Wo ist das denn, wenn die Kettensäge finden? Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit Ihrem Versuch nach den Schritten zu erleben, bevor er verringert ist. Oh-oh. 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 Huh? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Das ist ein Wettbewerb. Oh Gott, oh Gott. 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 Oh Gott, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Okay, Scheiß, Snyder. Das ist so uncool. Das ist uncool. Gut, Fackeln, nehmen wir mal. Ah, ich verdrück mich immer wieder. Okay. 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 So weit ist das nicht. Mein Gott, komm her, die Gaff. Oh, der ist aufdurchkommen. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. What? Yes! I don't know. I don't know. So, das haben wir jetzt auch überstanden nach einigen Fails. Hier werden wir auch beenden. Ich bin der Fanggeber, das ist der Evil Within. Macht's euch gut, bis dann, ciao und baba.